Warum sind Sie Mathematiker geworden? Ich habe Zahlen gern, denn bei Zahlen sind Wahrheit und Schönheit ein und dasselbe. Es war ein zu großes Geheimnis. Allein davon zu wissen, kann einen den Hals kosten. Die Deutschen haben ein neues Codebuch für ihre U-Boote und wir dadurch wieder einen Blackout. Wir können die Codes nicht mehr dechiffrieren. Wenn wir unsere Frachtschiffe nicht vor ihren U-Booten schützen können, werden wir es nicht schaffen, eine Invasion in Europa durchzuführen und die Deutschen zu besiegen. Das heißt, wir haben noch genau vier Tage maximal. Ist es wahrscheinlich, dass Sie diesen Code entschlüsseln? Haben Sie eine Ahnung, worüber Sie da sprechen? Er war der Einzige, der den Code entschlüsseln konnte. Die Enigma-Maschine. Sie verwandelt Klartext-Nachrichten in Nonsensbuchstabengruppen. Das Problem ist, dass die Maschine 150 Millionen, Millionen, Millionen Möglichkeiten hat. Wir reden nicht über das Kreuzwort Rätsel in der Times. Dies könnte eine der entscheidenden Nächte des Krieges werden. Die Deutschen glauben, dass Enigma nicht zu knacken ist, weil es aber tausende von Jahren dauern würde, jede Einstellung auszuprobieren. Du bist voller Geheimnisse, habe ich recht? Vor dir habe ich keine Geheimnisse. Bitte komm wieder ins Bett. Was ist das? Gib es mir wieder. Gib es mir wieder. Sie war das Rätsel, das er nicht lösen konnte. Glauben Sie, es gibt einen Spion im Lettschlepark? Wenn Sie wissen, wo sie ist, sagen Sie es mir um Gottes Willen. Sie ist verschwunden. Was? Warten Sie, bitte! Es hat angefangen. Wer ist denn dieser Director General? Sie hat Ihnen alles berichtet. Ich weiß nicht, warum ich das überhaupt mache. Wir haben nicht so viel Zeit, wie wir dachten. Wenn wir Claire finden wollen, müssen wir herauskriegen, was sie hier versteckt hat. Was hast du bloß getan? Was hat sie getan? Das ist das Geheimnis, das in dem Geheimnis versteckt ist. Das sind Sie schon, Sie sind nie. Weil er auch ein Geheimnis hatte und Sie hätte dieses Geheimnis verraten können. Was für ein Geheimnis! Das kann ich Ihnen nicht sagen! Sie ist immer noch da, wie ein Schwert, dessen Klinge Sie nicht entfliehen können. Du, Grace Scott Kate Winslet Jeremy Northam Saffron Burrows Enigma Das Geheimnis Demnächst im Kino Das Geheimnis Demnächst im Kino